Moin meine Freunde und zwar, wir haben ja gestern live im Stream mit dem guten Psybot das Sitsubonoshima Easter Egg gemacht. Wir haben ja jetzt quasi vor über den November, vielleicht auch Dezember hinweg, je nachdem wie schnell wir halt sind, alle Easter Eggs zu machen. Wir fangen halt mit Shadows Feeville an, beziehungsweise konnten wir jetzt tatsächlich noch nicht, weil wir noch nicht alle Leute waren, aber das holen wir halt nach. Haben jetzt Eisendrache gecleared, jetzt kommt quasi Sitsubonoshima, bis zum Schluss natürlich dann auf Revelations. Also seid auf jeden Fall gerne dabei, wenn ihr Bock habt, abonniert mich halt auf Instagram, weil da verpasst ihr halt nicht, wann ich halt online gehe oder macht's halt auf Twitch. Wird mich halt auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Und jetzt als Stream-Highlight und Wiederholung könnt ihr euch halt das Easter Egg mal angucken. Wird mich halt freuen, wenn ihr irgendwie eine Resonanz da lassen könntet, das heißt, was ich vielleicht besser machen kann, wie ihr es fandet etc. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen und wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Alles klar. Boah. Hast du den Eimer? Perfekt, ich hab den Eimer. Ich geh schon mal. Ja komm, mach dich natürlich ready. Bonuspunkte. Alle Zombies töten bis auf einen. Wir lassen nie beide leben. Wir sind für dich. Alles klar, lass mal erstmal ganz kurz zu den Aufträgen machen. Das ist nämlich am wichtigsten, weil die Aufträge müssen ja so schnell wie möglich fertig werden. Du weißt ja noch, das ist das, was am längsten dauert. Kommt auf dem Auftrag drauf an. Gießen Sie fünf Pflanzen, das ist absolut easy. Erledigen Sie mit der Ventilator voll der 20 Zombies, das kriege ich auch ganz easy hin. Und erledigen Sie acht Spinnen mit Sporn. Okay, das ist auch easy. Ich hab eigentlich auch easy Sachen. Fünf Netze mit Sprengsätzen zerstören, ein Power-up von einer Pflanze bekommen und mit der Flugzeugfalle 30 Zombies gehen. Also super entspannt. Perfekt. Ja, alles klar. Eigentlich wieder Slidejumpen, ey. Das fehlt mir in Black Ops 2. Ja. Auf jeden. Up. Alles easy. Kein Stress. Ich krieg's. Ich krieg's hin. Ach, Bro. Junge. Ich glaub, ich muss hier ein paar Programme schließen. Alles klar. So, wann bist du endlich fertig mit deinem Drecks-Ritual? Krieg mal für eigentlich Punkte? Ja, ne? Ne, für die Zombies nicht. Achso, für die Gas-Abschließung, ja. Ja. Ja, scheinbar, ja. Doppelpfeil. Und dann Enter, Doppelpfeil. Hab ich. Perfekt. OMW. Also, ich hab auch schon das erste Teil für die Gasmaske eingesetzt. Ja, hab ich grad schon gesehen. Brauchen wir das überhaupt? Ja, für sie ist ja klar. Ja, nicht unbedingt, aber das ist schon ein ganz nice Teil. Ja, wenn du willst, kann ich nochmal an den Kaugen-Artschmarten gehen gleich. Oder? Wir kaufen halt weiter auf und machen kein Risiko. Ja, ne. Ich versuch nicht, diese Runde nochmal freier Einkauf zu kriegen. Ich mein, nur, dann können wir halt noch Runde 1 noch so viel wie möglich machen. Meinst du, dass du jetzt nochmal Bonus-Punkte bekommst? Nein, 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 nein. Aber... Egal, wie viel halten die Spinnen aus. Ähm, ja. Du darfst mitnehmen, hier, die Köpfe. Ach ja, klar. Jeder einen, natürlich. Hm, ist ja alles gut. Ja, ja. Video-Spiele machen gesund. Auf jeden, äh, hier gibt's noch ein Schild, oder was? Hab ich. Ja, auf jeden, sehr gut. Ich mach hier oben auf. Hier unten ist auf jeden Fall einer. Ist meine Last nicht schon schwer genug? So, kommst du ran? Ja, du, die Map ist lang. Oh, du hast nur nichts gesagt. Ähm, Eimer ist entweder da oben drinne, oder wenn du halt hier links lang aufkaufst, kannst du selber entscheiden. Alles klar, dann. Mach auf den Aal. Ich hab leider keine Ammo mehr. Äh, keine Ammo, kein Geld mehr dafür. Ach hier, Spinnnetze. Ramats bitte einmal gegenwerfen. Und? Perfekt, ist frei. Ja, hier ist Neimer. Bin nicht dran vorbeigelaufen. Ganz oben. Hm, scheinbar, ne? Ach, guck mal, lol, lol. Hier kommt man ja auch nie hin. Hier war ich noch nie. Echt nicht? Ich glaub, hier oben war ich noch nie, nee. Krass. Ja, gehst du dann bitte zur anderen Seite und machst bitte einmal, ähm, Der Eimer muss, glaub ich, voll sein, ne? Ja. Aber da ist ja ne Wasserquelle. Hier unten? Nee. Bei dem anderen Stromding. Ja, ja. Dann musst du mich jetzt immer zurücklaufen zu der Wasserquelle. Ja, eben Wasser holen. Das hab ich grad nämlich nicht gemacht. Du hast auch nur den einen. Du kannst auch auch da. Ja, stimmt. Den müssen wir noch unten aufkaufen, ne? Ja. Aber ich brauch die Tausende jetzt, um da oben aufzukaufen. Alles gut. Ich bin schon wieder bei der Wasserquelle. Perfekt. So, bist du ready? Ja, warte, ich mach's zum Ding noch laufen. Mhm. Ja, ich bin bereit. Und los. Ja, man hat ja auch relativ viel Zeit eigentlich. Ja, aber wir müssen nicht mehr ganz so viel Zeit, weil wir müssen ja noch schnell eher an Geld kommen. Für, ähm, Thermastrom. Ja, ach, los. Klar, wir müssen ja den Bunker noch aufkaufen. Äh, alles im Sitz. Nee, nicht ganz. Bitte hier nochmal Spinnnetze. Wie teuer ist Strom? Die Tür? Äh, 1.5. 1.5 oder so. 1.5. Ich hab ganz vergessen, wie teuer die Türen hier sind. Ja, müssen wir das eben gleich nochmal machen. Quatsch, wir ballen uns. Komm mit. Komm ran. Obtag, dass du jetzt ein Bunker bist, dass die alle hier spawnen. So, und dann machst, dann lass mir bitte die Kills. Leicht machen uns diese 20 Coins. Vielleicht auch nicht. Einfach alle Kills lassen. Wenn du willst, wir können es dann gleich hier aufteilen. Wir machen erstmal Strom gemeinsam an. Und dann kannst du ja hier lang gehen. Da die ganzen Leichensäcke abschießen. Ja, ja. Und ich lauf dann schon mal nach unten. Perfekt. Los, 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 los. Ich hab's. Ja, mal Strom. Warte mal. Hebel können wir doch nicht umlegen, ne? Ne. Stimmt. Ja, ich bin hier unten. Kommst du? Ja, brauchst du mich da für Strom? Ne, dann bleib oben. Ist jetzt eh egal. Jetzt hab ich's schon ohne dich. So. Eben schnell alle Zombies töten. Wann wohin kommen? Hast du, äh, alle Perks? Ne. Okay. Bei dir war nicht so ein Schleier. Beim Messern. Nö, nö, noch nicht. Aber vielleicht jetzt. Ja, oh, dankeschön. Oh, heiliger Kaugummi-Automat. Wo war das? Wo war der Kaugummi-Automat? Ach, da. Ja, direkt um die Ecke. So, dann kann ich mich jetzt hier um die Dings kümmern. Oh. Guck mal, Tobi. So muss das. Ja, sehr fett. Richtig gut. Ach ja, die Zombies. Sind die nicht One-Hit? Doch, sind die. Ne, ist von ne vier oder so. Mhm. Ist ja armen. Haben wir das Teil hier? Nö, ne? Noch nicht. Jetzt. Ich aber, ich hab das. Perfekt. Dann das weiter. Am besten Schädel können wir auch machen. Alle töten bis auf einen. Unter unten noch welche? Einer. Ja, ich hab keine Money mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Ne, da unten war ich gerade. Ach, hast du schon gemacht? Ne, das hab ich gerade noch gemacht. Ah, lol. Wo war denn mal das Rädchen? Das war doch auch hier unten. Das andere? Oder was? Ach, für den. Stimmt, man muss tauchen. Nicht vergessen. Hier, habs. So, jetzt ist Pancha schon mal frei. Das ist auch wichtig. Ach, ähm, ich ruhe mal ganz kurz die Pflanze für die KT4, ne? Weil ich eh schon am Schwimmen bin. Hier war die HVK, oh. So einhut bin ich gerade. Alles klar. So, ich hab jetzt... Ich hab grad schon mal die Pflanze für die KT4 geholt. Ja, alles gut. Ich find das schon irgendwann. Ich hab's gefunden. Optimal. Ähm, wo kann man's mal zusammenbauen? Ich glaub hier unten im Keller. Oder bei den einzelnen Laboren. Dann lass mal bei den einzelnen Laboren. Ach ja, stimmt. Lass mal bei dem Labor hier links, wo ich war. Weil, äh, hat den Vorteil, ähm, wenn du dir das Elektroschild machen willst, musst du nicht so endlos lange laufen. Ne, warte mal. Muss man sich das denn hier abholen? Kann man das nicht da hinten auch craften? Ne. Egal. Hier kann man das auch craften, ja. Ne, ne, ich mein, hinten direkt, wo man die Aufträge macht. Weil man muss die Aufträge ja machen, damit man, ähm, das, äh, Elektroschild später bekommt, ne? Ja. Ne, noch nicht. Alles klar, ich mach eben. Ah, hast du schon dran? Und da, perfekt. So, Punch-Hars frei. Ja, ich warte hier auf die nächste Runde dann. Hol dann das Teil. Boah. Die Kartusche. Ja, aber geht bis jetzt ganz gut, ne? Ja, man denkt erstmal so, das wären viele Sachen und viele Steps. Sagen wir mal so wenig ist es jetzt nicht, aber es hält sich halt auch auf vollen Grenzen, ne? Und ich füll schon mal die ersten Samen mit, äh, blauem Wasser, ne? Vergiss nicht, nur blaues Wasser. Für die, äh, für den Kanonen-Drop. Ich hab alle Netze zerstört. Ich hab die... Ach, hast du schon? So. Ja, egal. Kannst du... Ja, kannst du machen. Perfekt. Ab. Ich guck mir mal eben gleich mal meiner Mission nach. Ich hab die grad nicht mehr ganz auf dem Schirm. Ich weiß noch, Ventilatorfalle. Das weiß ich wohl noch. Ah. Stimmt. Vor allem 30 Stück, das ist ja eine ganze Runde. 20. Das mach ich aber ein bisschen später. Das mach ich so... Das mach ich so spät, wie es geht. Mit der Witz... Musst du auch mit der Rotorenfalle machen. Ja. Ach stimmt, acht Spinnen mit Sporn. Und, ähm, fünf Pflanzen gießen. Aber das mach ich nebenbei. Guck mal, hier ist das Teil schon. Perfekt. Echt? Hast du? Ah, perfekt. Ja, jetzt fehlt nur noch, ähm, die Spinnrunde, ne? Ja, alles gut. Teuer ist das? Ja. Kannst du dich noch vor einen Perk legen oder so? 100 Punkte brauchst du noch. Ab. Oh, Junge. Ich bin grad so gefokust, ne? Hier war, hier war grad'n Dicker. Den aber direkt getötet, bevor er sich verwandelt hat. Pass auf, ne, ist nicht den letzten Zombie töten. Die Spinnen können wir töten. Obwohl. Ja, genau. Wir hatten nämlich dazu. So, jetzt lass mal einen Schädel von Nansapfe machen. Perfekt. Alles klar. Ab geht's. Und, start. Boah, Junge, Junge, Junge. Äh, bitte nur die Hexen, ne? Den Zombie, lass mir mal nach Möglichkeit am Leben. Oh, man muss mit dem Nachladen echt hart aufpassen. So. Stimmt, man muss die ausnahmsweise Seelen füllen. Perfekt. Fertig. Ups. Und die KT, dafür brauchen wir ja die Spinne, die müssen wir dafür ja ablassen, ne? Ja. Ja, wir brauchen jetzt eine Spinne, sonst können wir nicht weitermachen. Oh. Spinnenrunde. Ja, ich weiß. Eben schnell die eine Spinne hier reinlocken, ne? Dann wird keine Spinnen töten. Ja. Perfekt. Kümmerst du dich in diese eine Spinne? Ja. Oh, oh. Eine Spinne hat überlebt. Ich laufe. Sie verfolgt mich. Kannst ja schon mal die KT4 zusammenbauen. Ich such grad eine Spore. Schade. Hat mit den Spinnen nicht gereicht. Aber sind bestimmt fast fertig. Ja, zur Kanone. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich würde aber, bevor wir die Spinne machen, würde ich schon sagen, dass wir punchen sollten, oder? Wieso? Ach so. Ach so. Ach so. Und wer ist die Dingo, weißt du? Also lege ich mich nochmal unter die Ventilator, äh, unter meine, ähm, Dingsfalle. Mach das mal. Was ist denn jetzt die Ventilator-Fall ist, die jetzt? Ach, das... Jungs, zur Kanone. Da rechts rein, genau. Stimmt. Ja, da muss ich halt untrain, ne? Boah, Junge, wie viel im Leichenkörper hier einfach rumflattern. Das zählt nicht als Kill, ne? Ne. Leider nicht. Jo, ich hab's geschafft. Echt? Cool. Dann lass mal schnell rüber. Jetzt hab ich sie fertig. Ich hab jetzt alle Missionen fertig. Digga, geh mir nicht auf den Sack. Ja, Digga, ach, Digga, natürlich one-hittest du. Natürlich one-hittest du. Klar. Digga, wenn du mich nochmal one-hittest, ne? Ich spiel dann diese Map nie wieder mehr. Verschwinde. Ready? Ja. Kann man denn auch gar keinen Schaden machen? Ne, aufs Mabel werden... Ach, natürlich, mit zwei Hits. Klar. Hast du? Ja. Haupt-Elektro-Schild. Wenn der oben ist. Ach so. Ach, stimmt, wenn du jetzt die Tür öffnest. Genau, dann öffnet sich die Tür, dann geh ich da rein, dann fahr ich runter. Und dann wird sie mich gleich wieder hoch, ne? Ich hab hier Bescheid's nicht. Ich glaub, du fährst von alleine wieder hoch. Ne, wenn man zu zweit spielt, nicht. Ach so. Wenn man alleine spielt, ja. Jup. Kannst du mich hochziehen? So, das wär dann das zweite Teil für die KT. So. Das letzte muss man natürlich Regenbogenwasser machen, und da helfe ich dir jetzt. Das mach ich jetzt irgendwie. Ach ja, by the way, ich hab wieder alle Perks. Sehr gut. Hab Regenbogenwasser. Boah, nice. Ey, ich hab das irgendwie noch nie bekommen. Ich zähl das mal gefällt. Kannst du bitte anfangen, alle Pflanzen, die du hast, einzusehen? Ich hab Out 3. Und bitte kannst du dann mit Blauenbogenwasser gehst du mal. Wir müssen jetzt die Patronenkugel rausholen. Wir müssen unbedingt wieder Einnahmen legen lassen. Das ist ja drecklich. Ja, ich schwimm jetzt auf jeden Fall schon da hin. Ah, es funktioniert mit dem Totenkopf. Was denn? Man kann jetzt die Dinger öffnen. Welche Dinger? Ja. Die Wände. Ja. Das waren nur drei Wände, die man öffnen muss. Und den da unten bei dir, ne? Ja. Wird schon. So, hab jetzt alles. Ich kann jetzt Runde skippen. Ich bleib jetzt hier, weil ich muss direkt nochmal gießen. Alles, was ich fett machen kann. Ich lauf nach unten, gieß schon wieder. Nach Runde 16 können wir also Endpost machen. Falls wir bis dahin auch die Kanonenkugel finden. Hast du schon nur nicht hier? Perfekt. Ne. Das können wir aber gleich machen. Kannst du bitte die Spinnen schnell wie möglich töten. Weil dann kann ich nämlich hier unten im Tunnel bleiben und direkt wieder runtertauchen. Das ist so gut, dass die Spinnenrunde jetzt kommt. Das ist das Beste, das geht wegen dem Gießen halt, ne? Ich schwimme. Ich gieße das letzte Mal. Ah ne, nicht diese Runde, sondern nächste Runde erst können wir. Genau, letztes Mal gießen. So. Abgegossen. Nein! Ich hab kein Phoenix dabei. Richtig reu dich, ey. Richtig schlecht gespielt. War da ein Gigant bei dir? Ne. Ich bin einfach so dumm gestorben. Ach, läuft. Monkeys. Ich mach mal auf, vielleicht können wir Kanonenkugeln. Ja, ich hab sie. Ach, geht weg. Lasst mich in Ruhe. Flugzeug kommt. Perfekt. Flugzeug ist abgeschossen. Sehr gut. Kannst du mich schnell holen? Ja, Moment. Ich gucke eben ganz kurz, wo das denn fliegt. Ungefähr. Ist hier quasi in deinem Bereich hier gefallen. Also rechts, wo das erste Stromhäuschen war. So, das hast du abgeschlossen. Dann müssen wir ja jetzt nochmal mit dem Elektroschild. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ähm, bei dem Dock das machen. Holst du dir bitte Elektroschild? Ach, du gehst die Masamune machen, ne? Musst du schwimmen gehen. Ja, holst du dann eben die, äh, die Pflanze von unten, ne? Ja, klar. Dann kannst du ja direkt mal deine Karti 4 zu ner Masamune upgraden. Dann muss man hier wieder klarkommen. Das ist klar. Oh, Elektroschild. Schaut so aus, kann ich? Warte. Jetzt. Perfekt. Schild hol ich mir noch. Mach das. Geh mal da raus, nicht, dass sie dich einklemmt. Schild war links oder rechts? Links war das. Links. Und Gasmaske ist rechts. Perfekt. Oh, perfekt. Ähm, aber bin ich gerade Zeit hier? Egal. Ja komm, einfach machen. Einfach machen. Und go. So. wieso müssen jetzt überall spinn kommen und wieso sind wir runde 20 ich würde schon sagen wo es mal noch in der spielrunde vergisst nicht auf die arme zu schießen es war knapp aber das ist einer der am wenigsten stressigen bosse im black ops 3 ja vor mit der schuhcreme ja ja kein problem alter alles easy dingo auch absolut baumäßige waffe aber diese kleinen mutiert ne die halten schon echt radars aus weiß ein alter muss muss du schon auf den einen oder anderen am schießen Oh, oh, oh Alter Wie viele von diesen Kackdingern folgen dir denn? Ach ne, du musst gar nicht auf den Arm schießen Das geht auf Zeit Man muss nicht einmal, glaub ich, auf den schießen, ne? Oder wie war das? Ja Bobi? Hab ich mich gestürmt? Bobi, hörst du mich? Ja Ah, ich hab mich gestürmt, deswegen hab ich mich gerade ganz niedrig geredet Ich frage mich schon, warum bist du so ein Wichser und antwortest mir nicht Du bist einfach nur konzentriert Nein, Mann Ich laber die ganze Zeit, allein wegen dem Chat Auch wenn niemand im Chat ist, aber wenn ich Falls ich jemand später nachträglich das Video halt angucke, ne? Oh Boah Ist auf jeden Fall anders, intense Ja Ja, es sind einfach so viele von denen auch, ne? Oh, oh Nein Fuck Jetzt hat mich so ein Scheiß Vieh gefressen Ending, kriegst du ja gleich alle Perks wieder Nach Abschluss ist die Easter Eggs Ja, du schaffst Ach, perfekt Moin Na, Alex, alles klar Oh Cut sie Deine Augen Ich erkenne sie Fast als seien sie meine eigenen Takiyo Masaki Ich hätte dich nicht an einem solchen Ort erwartet Ich war ein Krieger In unzähligen Schlachten zum Ruhm unserer Nation Zum Ruhm des aussterbenden Samurai-Geistes Ich war Ein Helm Ich Erinnere mich auch Ich habe viele dieser Fliege erlebt Später musste ich erfahren, weil sie gelten waren Unerwünscht Ja, läuft First try Hätte ich nicht gedacht Ich dachte, wir verrecken Ich fürchte nicht mal meinen eigenen Tod Strafe ist eine Sache Das ist grausam Wer ist so böse Einer anderen Menschenseele Diese Schmerz wünschen Wer unter uns könnte so ehrlos sein Bist du geblendet von deiner Loyalität Die Befehle Sie stammten vom Kaiser persönlich Mein Leben Mein Tag Basiert auf einer Lüge Dieses Reich mag verdorben sein Und vom Bösen durchzogen Aber wir haben die Macht, dies zu ändern Eine bessere Zukunft ist nur möglich Wenn wir die Vergangenheit hinwegfegen Keiner von uns wählt die Wege Über die uns Gnade zuteil wird Doch ich habe Frieden Schön in die Klinge fassen Ich verstehe, was getan werden muss Wirst du mein Kaisa-Konin? Es ist mir eine Ehre Bis zum nächsten Mal Tschüss